Marcel Winkler hat das High Rocks Fieber bereits gepackt. Tausende Sportbegeisterte rund um den Erdball ebenso. Der Mühlviertler kommt gerade von einer Competition aus Wien. Ein Kraft-Ausdauersportbewerb mit Eventcharakter. Es ist ein DJ mittens drin, der auflegt und sich halt auch im Race pusht. In Wien sind um die 2.000, 3.000 gestartet, was ja mega ist. Und dann kommen noch Zuschauer, Familienmitglieder etc. dazu. Jeder Teilnehmer läuft insgesamt 8 Kilometer. Ein Kilometer, dann kommt die erste Fitness-Challenge. Zum Beispiel einen Gewichtsschlitten schieben oder ziehen. Dann wieder ein Kilometer laufen, nächste Übung und so weiter. Das Herausforderndste ist eben wirklich, dass man spätestens nach der 4. Übung, bei mir waren es die Burpee-Jumps, spätestens ab da sind die Beine schon ziemlich zu. Und dann musst du aber noch laufen und solltest beim Laufen halt dein Lauftempo halten. Und das wird dann schwierig, dass man nicht einbricht. Hier ein paar Beispiele der Übungen. Farmers Carry. Zwei Kettlebells über eine Distanz von 200 Metern tragen. Rowing. Einen Kilometer am Rudergerät absolvieren. Wallballs. Gewichtsbälle 100 Mal an die Wand schupfen. Für die einen ist es Quälerei, für andere eine sportliche Herausforderung. In 52 Städten weltweit gibt es heuer die Highrocks-Wettbewerbe. Mitmachen kann jeder. Die Zeit ist jedem selber überlassen. Marcel Winkler hat es in Wien unter einer Stunde geschafft. Da gibt es halt Sub-Six, die heißt der Ausdruck, unter einer Stunde. Wenn man das schafft, dann zählt man halt schon zu den, also es ist so ein Meilenstein in der Highrocks-Szene. Und ja, dann zählt man da in der Klasse schon zu den Besseren. Zum Beispiel der Europameister jetzt in Wien, das ist ehemaliger Schwimmer, also Profi-Schwimmer. Und ja, brauchst halt auch alles beim Schwimmen. Kraft, Ausdauer, alles dabei. Und jetzt betteln sich halt alle Sportarten gefühlt in einer Sportart. Im Juni ist die Weltmeisterschaft in Nizza. Marcel trainiert dafür im Enjoy Fitnessstudio im F10 in Urfa. Hier gibt es auf knapp 3000 Quadratmetern alles, was es für die Vorbereitung braucht. Eine sogenannte Functional Area, acht Trainingswelten, die Magic 8. Ob es jetzt die Ausdauer ist oder die Kraft-Elemente, da ist einfach alles auf einem Platz beieinander. Und es sind schon so viele Highrocks-Athleten bei uns im Haus und die motivieren sich gegenseitig. Die Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining ist dermaßen einzigartig, dass das einfach so viele Leute anspricht und so viele Leute das auch von null auf hundert machen können. Tausende sportbegeisterte, weltweite Events. Highrocks ist eine Fitness-Competition, die es so vorher noch nie gegeben hat und bestimmt bleiben wird.